Hallo ihr Lieben, in den nächsten Wochen möchte ich euch spannende Dinge aus dem Regeln vorstellen. Heute geht es um CityLeaks, das Urban Art Festival hier in Erdenfeld. Bei CityLeaks geht es darum, dass wir spannende, neue Dinge ausprobieren in der Stadt. Hier geht es zum Beispiel um einen Hop-Up-Garten, um zu oben reden. Wir diskutieren darüber, wie kann ein öffentlicher Raum eigentlich anders gestaltet werden, wie wir schon auch künstlerisch sich ausleben in der Stadt. Ich finde das super spannend und lade euch herzlich ein, hier nach Erdenfeld zu den Bahnbürgen zu kommen und euch das erstmal anzuschauen.